Als AV Fritsch einmal bei den Chemakokos war, war er Zeuge einer plötzlichen, tödlich verlaufenden Epidemie. Fritsch wollte dem Stamm helfen. Es war ihm wichtig der Krankheit auf den Grund zu gehen um eine Behandlung dafür zu finden. So nahm er einen todgeweihten Indium mit sich um ihn von den Ärzten untersuchen zu lassen. Fritsch wurde ohnehin bei einem Kongress in Wien bald erwartet. Doch nicht mal in Asuncion oder in Buenos Aires wussten sich die Ärzte mit der Erkrankung einen Rat. Der Chemakokko glücklicherweise überlebte. Ihn zu dem Stamm zurück nach Chaco zu schicken waren die Bootskapitäne bereit nur, falls der Wilde in einem Käfig die gaselange Reise eingesperrt bleiben würde. Das wollte Fritsch nicht zulassen. Also kaufte er dem wilden Schramachokko namens Chavuish eine Schiffskarte nach Europa. So kam eigentlich ungeplant, der erste Wilde Indien nach Prag, zum Kongress nach Wien, nach Venedig und erst zwei Jahre später wieder zurück zu seinem Stamm nach Chaco zurück. Er war der erste Wilde direkt aus dem Urwald, den die europäische Gesellschaft damals hautnah erlebte und umgekehrt er sie. Insbesondere seine Sicht der ihm bis dato völlig unbekannten zivilisierten Kultur war, er und ist auch heute für den Leser sehr interessant. Die lustigen Geschichten aus der Begegnung der zweierlei Kulturen sind sehr amüsant. Sie wurden in mehreren schriftlich erhaltenen Vortragstexten von A.V. Fritsch festgehalten. Ivona Fritsch hat sie in einem zusammenhängenden Buch in ihrem Prager Verlag Titanic veröffentlicht. Das Buch Chavuish hat sie durch einige neu entdeckten Episoden und vor allem durch Fotos ergänzt und herausgegeben. Einen Vorgeschmack auf den Inhalt dieser kuriösen Geschichten können uns die Episoden der ersten Begegnung des Indianer aus dem heißen Chaco mit dem Schnee und dem vereisten Moldau, mit der ihm unbekannten elektrischen Energie, mit Autos und mit europäischen Frauen geben. Er lebte in Prag als Mitglied der Familie Fritsch. Der Wilde schätzte die damalige österreichisch-ungarische Polizei besonders hoch, weil sie, wie die Indianer auch, auffällige Federn auf ihren Mützen trugen. Das hinderte diesen muskulären Mann aber nicht daran, einen Zollbeamten in den Fluss Moldau zu werfen, als dieser von ihm eine Maut für die Rückkehr nach Prag durch den Tunnel im Vischerath-Felsen erneut verlangte. Die Polizisten in der Polizeistation amüsierten sich zuerst, nachdem sie diesen exotischen Mann verhafteten und sie besorgten ihm auf ihre Kosten etwas zum Essen. Das Lachen verging ihnen aber sehr schnell, als sie es nicht schafften den nimmerhungrigen Indianer satt zu machen. Chavuish kannte den Wert des Geldes nicht, und so beschenkte er von seinem Geld, das er vom Fritsch bekam, alle Bettler, die bald in einer Schlange vor dem Fritschhaus standen. Doch nicht alles entwickelte sich so lustig. Es gab eine Phase, wo der Chavuish eine Depression und Wut bekam, und wo deswegen auch sein Freund A. V. Fritsch um sein Leben bangen musste. Chavuish war allerdings eine tragikomische Figur. Als er nach zwei Jahren des europäischen Aufenthaltes von A. V. Fritsch wieder nach Chaco zurückgebracht wurde, wurde er von seinem ungebildeten Stamm kurz darauf als ein notorischer Lügner verstoßen, weil sie ihm nicht glaubten, dass man unter der Erde gehen kann, dass man die Nacht zum Tag machen kann und dass die Karren alleine fahren. Sie schubsten ihn eines Tages, als es kühl wurde, in den Rio Paraguay, und lachten ihn aus, dass er doch nicht über das festgewordenes Wasser laufen kann. Und so weiter und so weiter. Es würde den Rahmen dieses Beitrags sprengen darüber mehr zu erzählen. Lesen Sie es bitte selber.